Hallo zusammen, mich hier ist wieder Otschela und schau dir bitte wieder für euch in Battle for S.J. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Gearing Guide zum 15. Geburtstag von World of Warcraft präsentieren. Und zwar habe ich da ja die letzten Tage schon ein Video gemacht zu den ganzen allgemeinen Belohnungen. Jetzt haben wir nochmal einen neuen Händler hier aufgetan und ich habe mir gedacht, komm, wir machen jetzt mal noch eine kleine Übersicht, wo ihr Gear herbekommen könnt, einmal für den einen oder anderen Twink, den ihr vielleicht noch gieren wollt oder sogar auch für Transmog. Denn vieles von den Items, die wir jetzt hier uns kaufen bzw. farmen können, sind alte Classic Items, die es teilweise auch nicht mehr sonst im Spiel gibt. Was müssen wir jetzt auf jeden Fall beachten? Als allererstes solltet ihr gucken, dass der Geburtstag zeitlich begrenzt ist. Und zwar ist das einmal vom 6. November geht es bis zum 8. Januar, also zwei Monate hat man etwa Zeit für. Und dementsprechend können wir hier jetzt bei verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Als allererstes zeige ich euch mal auf einem Map, wo ich mich hier befinde. Und zwar, ich bin hier im Vorgebirge des Hügellandes und landen sind wir hier auf den Koordinaten 44, 46. Und dort haben wir einen neuen NPC, der ein bisschen rumbackt. Ihr seht es, der wird irgendwie immer unsichtbar und hat so eine komische Kugel um sich herum. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so gewollt war. Und wenn wir mit dem quatschen, dann können wir uns verschiedene Sachen kaufen. Und zwar sind das teilweise hier Belohnungen, die es damals in Classic schon gab. Und die sind jetzt hier ein bisschen vom Item-Level angehoben. Ihr seht, das ist alles 380er-Gier, das wir hier kaufen können. Und das kostet immer ein paar Zeitversehrte Abzeichen. Das sind relativ wenig hier 20 und dann meistens ein oder zwei PvP-Marken. Also relativ günstig. Und ja, die PvP-Marken kriegt ihr eh, wenn ihr hier BG spielt, beziehungsweise die Marken bekommt ihr jetzt hier beim Event eigentlich nachgeschmissen. Und ihr seht, vieles von dem Zeug habe ich auch noch nicht als Transmog, weil das halt irgendwelches Uralt-Gedönse ist. Und man kann sich Ringe holen, Waffen, Schildhände, Rücken, was eine ganz schicke Sache ist. Vor allem die Ringe sind, denke ich mal, ganz nice für den einen oder anderen. Wenn ihr Twings mit Bantic-Gier ausstattet, dann fehlen euch oftmals die Ringe, beziehungsweise eine 380er-Waffe ist, denke ich mal, auch nicht schlecht, auch wenn man sie nur für Transmog gebrauchen kann. Genau. Die Horde hat natürlich da auch ein Pandor. Und zwar sind wir da hinten, haben wir das Hordenlager, und zwar bei den Koordinaten 58, 33. Da gibt es etwa selbigen Händler, und da könnt ihr euch auch dementsprechend die Items kaufen. Also, da könnt ihr schon mal ein bisschen was holen. Dann gibt es natürlich noch ein paar Worldbosse, die wir abklappern können. Insgesamt haben wir vier Drachen, also vier Alptraumdrachen. Da haben wir hier einen von den Alptraumdrachen in Farallas bei den Koordinaten 51, 11. Den zweiten haben wir dann hier oben, und zwar ist das im Eschental bei den Koordinaten 93, 40. Den nächsten Alptraumdrachen haben wir dann einmal hier im Hinterland, und zwar bei den Koordinaten 62, 25. Und den vierten Alptraumdrachen haben wir hier im Duskwood bei den Koordinaten 47, 39. Das sind übrigens auch immer die Portale, wo man sich als Druid direkt über die Class Order Hall hinporten kann. Also, Druid ist das eine angehenehme Sache. Von diesen vier Drachen ist aber immer nur einer pro Tag da, und dementsprechend müsst ihr mal so ein bisschen gucken, welcher von ihnen da ist. Dann gibt es noch zwei andere Worldbosse, die ihr umhauen könnt, und zwar Doomlord Khazak, den habe ich vorhin hier umgehauen. Der ist etwa hier bei 31, 47. Der ist immer da, also wirklich jeden Tag, solange das Event geht. Und dann haben wir noch einen weiteren, und zwar Arigus. Der ist auch immer da, und zwar der ist hier bei 49, 38 in Aschara. Also, ja, ihr habt quasi jeden Tag drei Worldbosse, die ihr umklopfen könnt. Bei den vier Albtraumdrachen müsst ihr halt gucken, welcher am Start ist. Die Drop, ein 400er Item Level, kann auch hochrollen. Ich glaube, ich habe ein 410er Item bekommen. Und das Letzte, was ihr dann gearingtechnisch noch machen könnt, ihr könnt euch quasi in der Höhlen der Zeit für einen LFR anmelden, und zwar hier bei Chromie. Ihr braucht 3 80er Gear, und dann könnt ihr quasi euch für drei LFR-Teile anmelden. Denn in jedem LFR-Teil kriegt ihr ein Item am Ende, wenn ihr denn Glück habt. Und zwar ist das ein Item, das 420er Item Level ist, und das kann auch hochrollen. Ich glaube, ich habe drei LFR-Teile gemacht. Gibt es ja dann auch einen Mount und einen Achievement für, wenn man alle drei abschließt. Und habe zwei Items aus den drei bekommen, und beide sind auf 430 hochgerollt. Heißt, mit einem neuen Shark könnt ihr theoretisch jetzt bei dem Händler, den ich euch eben gezeigt habe, oben beim Alterac, 3 80er Gear kaufen, die World Boss umhauen. Und wenn ihr dann insgesamt 3 80er Durchschnitt habt, könnt ihr quasi einmal hier bei Chromie anmelden und aus diesem LFR-Teil noch mehr Gear holen. Was ich noch empfehlen kann, natürlich bei Zwing's Benty Gear holen, um die anderen Item Slots auch noch hochzubekommen. Dann müsstet ihr relativ schnell auf die 3 80 kommen, um euch anmelden zu können. Ja, das war soweit der kleine Gearing Guide. Ich werde mir jetzt hier noch die Items kaufen, um ein bisschen Transmog hochzukriegen, tatsächlich. Ich brauche den Stab hier noch. Die Schültern sieht gut aus. Das nehmen wir auch noch. Das nehmen wir auch noch. Oh, die sind ja beim... Warte mal, beim Händler ja ziemlich viel wert. Ah, okay. Hm, okay. Vielleicht kann man da sogar Gold machen mit. Oder die Sachen dann dissen. Da muss ich mal schauen, was man da rauskriegt. Okay, das war soweit der kleine Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.